Guten Tag, hier spricht Jean-Claude Selly. Ich bin Heilmedium in der Westschweiz und mache Fernheilung mit Energie in der Schweiz und im Ausland. Ich biete körperliche und emotionale Betreuung an für Menschen und Tiere. Ich habe sehr gute Ergebnisse bei schweren Krankheiten wie Krebs und Tumoren erzielt. Allerdings führe ich auch karmische und generationenübergreifende Behandlungen durch, um viele Blockaden zu lösen. Viele meiner Kunden haben große Veränderungen erlebt. Meine weiteren Spezialgebiete sind Haus- und Gewerbereinigungen. Ich entferne negative Energien im Gelände, an Wände und an allen Orten und stelle hervorragende Energie wieder her. Endlich habe ich die Möglichkeit, Menschen zu reinigen und zu befreien, die von schwarzer Magie, Zaubersprüche oder Verwesenheiten betroffen sind. Ich stelle Schutz dar und stelle hervorragende Energien wieder her. Dies ermöglicht Ihnen die Rückkehr zu einem normalen Leben führen. Wenn Sie wirklich vorankommen möchten, rufen Sie mich bitte für eine schnelle telefonische Energiebewertung an. Alle meine Behandlungen kosten zwischen 200 und 300 Franken für zwei oder drei Sitzungen und werden im Voraus per Verwesen. Eine Erstattung durch die Krankenkasse erfolgt nicht. Nach Zahlungseingang beträgt die Wartezeit normalerweise zwischen eins bis sechs Tage. Ich gehe jeden Tag von 13 Uhr bis 20 Uhr ans Telefon. Bis bald! Bis bald! Bis bald!